Nein! 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 So, auch hiermit können wir zwei Rätsel schon lösen. Ich wusste nicht, dass der so früh kommt. Ja, er ist, du bist der Schöpf, dann ist was. So. Ja toll, dann fehlt ja wieder einer. Quatsch, das können wir ja so weg. Genau, Splitzstab, bin ja doof. Mit dem muss ich noch richtig umgehen lernen. Ah, Skelettschlüssel. Schlüssel. Ach ja, genau. Und damit kommen wir zum Boss. Und der tötet uns dann. Da schauen wir mal rein. Ich bin mal gespannt, was wir da kriegen. Weil eigentlich habe ich das Wichtigste. Geht der so kaputt? Ne, machen wir doch mal hier. Ernsthaft? Ist das gecheatet? Ist mir egal, ob ich will den haben. Oh, Wattel? Das muss man relativ gezielt machen... doch mit dem... Es werden immer mehr... Wir machen das einfach so lange bis es geht... Kleinen Moment, bin sofort wieder da... So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das war jetzt nicht völlig verkehrt. So, bin jetzt einfach mal gespannt. Wir machen so lange bis... So, da bin ich wieder... Ah, okay... Das war jetzt vielleicht ein bisschen gecheatet... Ähm, was ist das? Moment, eins... Erstmal da aufmachen... Ach, das ist Siegel... Und das Ding, das ist immer gut... Wie, nochmal neu? Ich hab's abgeschlossen, oder? Da war doch bestimmt noch irgendwas... Ach, Quatsch, brauch ich ja nicht... Ähm... Den hab ich doch schon... Hä? Verstehe ich nicht... Da rum... Ich muss das echt nochmal machen... Ach, da ist ja noch was... Das lohnt sich jetzt nicht so sehr, aber... Sollten wir sicher zahlen, vielleicht nochmal ein bisschen nachdenksten... Die leeren Blume wächst nach... Nicht leeren Blume... Das ist die, ähm... Feuerblume... Ach, keine Ahnung... Ne... Ne, der wollte ich aber auch nicht hin... Wo ist denn... Ach, der war da unten... Genau... Schneller... Stärker... Genau, das ist das Ding hier... Nur die Frage ist, was will ich da drin... Na, aber ich meine... Ich hab den Blitzstab... Besser geht's gar nicht... Lass uns gleich... eine Alternative... Das ist das Ding hier... Was ich nicht topig... war im Moment! Auf起床... Das ist das Ding hier... Azul zu... cows ver ob yeux... ажи... Schraub... naar oben... Wenn du das... Oh! Daido... Ja, schraub... Ich glaube, damit haben wir ein bisschen was gespart. Ich wollte seitlich. Genau. Da ist er wieder. Die Frage ist, was wollen wir? Sonst haben wir doch alle Tore offen, ne? Was ist jetzt hier? Er ist noch da. Warum? Quatsch, wir machen das von Anfang an. So. Trifft er mich? Ja, er trifft mich. Was ist das? Ich verstehe dieses Symbol nicht. Na ja gut. Egal. Wir sind dadurch jetzt schon mal ein Stück weiter gekommen. Ich suche jetzt noch mal. Ist da noch irgendwas? Da hatten wir ja alles erledigt. Genau. Wow, super. Da geht es nicht weiter. Dann sind wir wirklich durch. Gehen wir raus? Ne, hier ist nicht raus. Raus ist hier noch lange, lange nicht. Sag mir erst. Oh. Hä? Ja, super. Ja, super. Kannst du mir bitte mal sagen, wie ich hier rauskomme? Und vielleicht, wenn wir... Vielleicht, wenn wir... ... Hmm... Danke! Jaaa... Die Pfeile sind verkehrt. Nee. Gott sei Dank. Wow. Ja, das war ein großer Fehler. So, das haben wir gelöst. Dann müssen wir... Ja, toll. Achso, warte mal. Jetzt machen wir ein Haar jetzt. Oh. Schädeltrümmer. Wow. Hallo. Dankeschön fürs Follow. Ich hab den Blitzstab. Ganz ruhig. Ja. Und das weiß ich nicht, dass wir das hier lösen können. Na. Jawoll. Ich bin erschöpft. Dann ist was. Ah, natürlich nicht. So. Aber es sind nur drei kleine. Kann fast nicht sein, oder? Da. Da kommt die große, wenn wir die kleinen alle wegmachen. Ich raus es nicht. So, vielleicht noch ein bisschen. Das war's. Das ist nicht viel. Äh, das Auge hatten wir auch. Ne? Müssen wir außen rum. Ne, die Wechselung ist Quatsch. Ja, schade. 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 Nur vier kleine. Aber, naja. Immerhin. Ich hab den Blitzstab. Das ist allein schon blohm genug. So, hier. Was war das? Das hatten wir, ne? So. So. Genau. Das war zu lang. So. Da waren wir auch fertig. Aber wir haben jetzt etwas für dieses Rätsel. Die Eisdinger, die wir bauen ja so ewig. Ähm. Das da. Ha! Da ist sie. Und ich bekomme... Ich bekomme nichts. Gar nichts. Oh, das ist... Ne, komm. Das machen wir damit. Ne, und dann geh doch auch weg. So. Du bist schon wieder hungrig. Wo kriegen wir den Schlüssel hier? Da, ne? Äh, da, ja. Komm, machen wir nochmal zwei. Wir werden ja noch mehr öffnen und spielen. Ja. 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 So.